Hi, ich bin's, Lisa von Einfach Lilienhaft. Heute gibt es das versprochene Plan & Talk. Wir werden uns heute eine Übersicht zusammen überlegen und währenddessen werde ich auf eure Fragen eingehen. Eine viel gestellte Frage, die immer wieder kommt und dieses Mal auch dabei war, ist die Frage, wie kann man berufliches und privates im Bullet Journal trennen bzw. zusammen überhaupt richtig in Einklang bringen? Ja, das ist immer eine spannende Frage für diejenigen, die eben ihr Bullet Journal auch auf Arbeit dabei haben und ja, so ein bisschen davor zurückschrecken, dann da auch Privates reinzuschreiben, weil es vielleicht jemand sehen könnte, ja, weil es verloren gehen könnte. Also ganz klar, die Idee des Bullet Journals verfolgt wirklich, dass man berufliches und privates miteinander verbindet, keine getrennten Bücher hat, weil ja immer das Berufliche auch mit dem Privaten zusammenhängt, das Private mit dem Beruflichen. Also man ist ja der Mensch, der man ist und mit den Dingen, die man privat erlebt, geht man eben auch zur Arbeit und dann erlebt man da wiederum Sachen, die Einfluss haben auf das Privatleben. Also es würde fast keinen Sinn machen, das voneinander zu trennen. Wenn man es denn trennen möchte, dann hat man halt einfach auf Arbeit ein Notizbuch, würde ich mal sagen, und hat halt privat seinen Bullet Journal. Das macht auf jeden Fall Sinn, immer zu sagen, man hat dann so ein berufliches Bullet Journal, das ist glaube ich, glaube ich, so ein bisschen ein Ansatz, der haut nicht hin. Das ist dann meistens kein Bullet Journal in dem Sinn, sondern, ja, also ein Bullet Journal ist schon ein komplettes System, das auf eine gewisse Weise funktioniert. Ansonsten ist es halt einfach ein Notizbuch oder, ja, ein Arbeitsbuch. Ja, genau. Also da mit dem Wording ein bisschen aufpassen. Ich habe heute aber eine Idee, wie wir das Ganze im Bullet Journal anlegen können, dass wir tatsächlich wirklich so ein bisschen eine Trennung hinkriegen und dass man vielleicht so ein paar Blicke abwehren kann, weil es nicht ganz so offensichtlich ist. Das probieren wir heute zusammen aus und währenddessen legen wir jetzt direkt los mit den anderen Fragen. Also, wir starten mit einer Doppelseite, die ich hier erstmal in der Mitte falze. Damit habe ich quasi eine Seite geschaffen, wo ich etwas verstecken kann. Genau hier. Ich würde sagen, wir legen mal eine Art Monatsübersicht an, die wir so als Orientierung nutzen können. Also, hier wäre ja dann Privates erstmal als Orientierung und diesen Bereich könnte man ja auch noch locker als Privat nutzen, weil das ist ja in der Regel dann abgedeckt. Ja, also so von der Logik erstmal. So entwickle ich auch Layouts, also erstmal zu überlegen, wie sieht das überhaupt aus. Berufliches könnte dann hier drüben stehen und natürlich auf diesen beiden Seiten. Starten wir mal mit der ersten Frage von euch. Ordnung ist das halbe Leben oder nur ein Genie beherrscht das Chaos? Welcher Typ bin ich? Das war die Frage. Also, ich würde mal sagen, ich präferiere Ersteres und glaube auch daran, dass Ersteres korrekt ist. Also, Ordnung ist das halbe Leben, aber ich kann das überhaupt nicht. Also, ich bin absolut kein ordentlicher Typ in dem Sinn, sondern ich muss mich da wirklich sehr überwinden zu. Ich weiß aber, dass wenn Ordnung herrscht, dann komme ich viel besser klar und dann ist einfach auch mein Kopf produktiver. Also, ich beherrsche schon mein Chaos. Es ist so, dass ich Sachen auch immer wieder finde und weiß, wo alles liegt. Aber für den Kopf ist auf jeden Fall die Ordnung viel besser und ich habe aber das Gefühl, je älter man wird, desto besser wird das mit der Ordnung. Also, man kriegt da irgendwann dann schon so eine Grundordnung rein und da bin ich gerade auch wirklich dabei, das auch mal wirklich durchzuziehen, eine gewisse Grundordnung zu halten, damit man einfach im Kopf freier ist. Und vor allen Dingen, wenn man von zu Hause arbeitet, so wie ich das tue, sollte man erst recht einigermaßen auf Ordnung achten. So, genau. Also, wenn man jetzt hier, legen wir das mal weiter an. Wenn wir jetzt hier eine Übersicht haben für Privates, dann hätten wir hier quasi unsere Monatsübersicht. Und das würde ich aber praktisch denken. Also, wir legen das vielleicht jetzt wieder am Februar an. Der hat 28 Tage, das heißt, das sind 14 Zentimeter. Und dann bräuchte ich quasi diesen Bereich hier für meine Übersicht. Das machen wir klassisch, wie es beim Bullet Journaling eigentlich so üblich ist. Also, so auf diese Art. So, kommen wir mal zur nächsten Frage. Und zwar, wie nutzt du Dailies und Weeklys sinnvoll? Ich habe gerade mit Weeklys angefangen und bin begeistert, aber es doppelt sich schon irgendwie. Dazu muss man erst mal sagen, die Weeklys sind in dem Bullet Journaling eigentlich nicht angelegt. Sie sind von Ryder Carroll überhaupt nicht so initiiert worden. Also, es gibt eigentlich nur das Monthly Log und dann kommen die Daily Logs. Dieses Weekly Log, das hat eigentlich die Community geschaffen, weil ihm immer so ein bisschen ein verbindendes Element gefehlt hat zwischen Monatsübersicht und den Tagesübersichten. Und daraus hat sich ihm dieses Weekly Log erschaffen. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen dem geschuldet, dass die Leute, die aus der Schule kommen, quasi noch gewöhnt sind, dass man immer seine Wochenplanung hat. Also, von Montag bis Freitag quasi da das so anlegt. Und na gut, Kalender sind auch meistens so angelegt. Also, das ist gar nicht nur in der Schule. Aber so hat man immer dieses Weekly im Kopf. Zum eigentlichen System gehört es, wie gesagt, gar nicht. Aber es gibt immer wieder Leute, die sagen, sie brauchen diese Weeklys einfach, um so ein bisschen, ja, Planung für die Woche machen zu können, ohne dass sie in dem Monthly immer alles direkt planen wollen. Ich kann das total nachvollziehen und ich bin hier immer der Befürworter gewesen, zu sagen, okay, probier es mal aus, nur mit Monatsübersicht und Tagesübersichten. Viele machen ja auch gar keine Tagesübersichten, sondern machen nur Wochenübersichten. Also, da wirklich mal diese Tagesübersichten auch zu machen. Ja, und dieses Doppeln, das ist ein Punkt, der beim Bullet Journaling ganz klar gewollt ist. Also, dabei geht es immer wieder darum, zu übertragen. Und durch dieses Übertragen fragt man sich halt immer wieder, okay, will ich das jetzt wirklich mitnehmen oder eben nicht? Und dadurch passiert ja ein Prozess, den man für sich selbst auch beobachten kann. Ist einem irgendwas wichtig? Ist es nicht mehr so wichtig? Erledigt sich das vielleicht im Laufe des Monats? Und dann macht man ja meistens auch eine feinere Planung in der Woche noch, als es im Monat erforderlich ist. Und insofern sollte sich das eigentlich schon ein bisschen unterscheiden, aber eben auch doppeln. Und wie gesagt, das ist auch gar nicht schlimm. Die eigentliche Frage war aber ja, wie nutze ich Dailies und Weeklys? Die Leute, die hier meine Videos öfter gucken, die wissen ja, ich lege ganz oft so Mini-Weeklies an, wo ich nur so einen kurzen, knackigen Überblick habe. Und dann ist es ja so, im Bullet Journal, im B5-Format ist es halt ganz schön, dass man dann theoretisch direkt auf der nächsten Seite loslegen kann. Und dann hat man diese Mini-Weeklies immer, vielleicht auch nur eine halbe Seite, und schreibt dann hier die Dailies hin. Und das finde ich super, weil man diesen Überblick hat. Und dann kann man aber seine Dailies direkt daneben packen. So, also da kann man schon mal gut mit arbeiten. Jetzt brauche ich mal eine Überschrift. Jetzt kann man das natürlich auch direkt so betiteln, privat. Oder man sagt, man macht es vielleicht nicht so offensichtlich und schreibt einfach was anderes drüber, vielleicht auch ein Zitat. Und dann hat man hier drüben noch den Bereich, da würde ich es vielleicht dann unterteilen. Also man liegt quasi zwei Monatsübersichten in einem an jetzt. Erstmal diese Übersicht würde ich hier trennen. Dann könnte man hier ja To-Dos hinschreiben, die man einfach privat verfolgen will. Können ja auch andere sein sozusagen. Hat man hier genug Platz. Man kann auch mehrere Spalten dann anlegen. Einfach hier in der Mitte mache ich noch eine Hälfte draus. So, genau. Und dann habe ich hier auf der rechten Seite noch mehr Platz. Da kann ich dann zum Beispiel Mealplanning machen oder sowas, wenn ich mir immer überlegen will, was es an den verschiedenen Tagen zu essen gibt. Obwohl da auch die Frage ist, warum sollte man das verstecken? Also Montag, oder das ist jetzt Mittwoch, nee, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Passt genau. Genau. Und dann kann man hier seinen Essensplan zum Beispiel anlegen. Will man vielleicht auch nicht, dass jeder gleich immer sieht, was man da vielleicht sich überlegt. Ich weiß nicht. Also das wäre auf jeden Fall eine Trennung. Essensplan. Und dann hat man zwei Zeilen Platz, um Essen aufzuschreiben. Ich glaube, das reicht immer ganz gut. Es ist ja auch nur, man soll ja kein ganzes Gericht aufschreiben, sondern es ist eine Idee. So, machen wir weiter mit der nächsten Frage, würde ich sagen. Also zum Thema Selbstständigkeit. Wie hast du angefangen mit der Selbstständigkeit? Und wie lange hat es gedauert, bis du wirklich gut selbstständig arbeiten konntest? Also da habe ich tatsächlich mal so ein bisschen nachschauen müssen, wie das Ganze bei mir eigentlich gelaufen ist. Ich hatte das schon fast ein bisschen vergessen. Bei mir hat alles angefangen mit ersten Lettering-Workshops in 2017. Ende 2017 habe ich meinen ersten Lettering-Workshop gegeben. Und bin dann in 2018 so an erste Auftragsarbeiten gekommen, habe währenddessen aber immer noch festangestellt gearbeitet und habe das als Nebenselbstständigkeit angemeldet, also ein Gewerbe angemeldet und dann quasi das nebenbei gemacht. Genau, irgendwann wurde es dann immer mehr und dann habe ich die Stunden reduziert bei mir auf Arbeit und habe dann irgendwann gemerkt, okay, das haut nicht mehr so ganz hin. Und bin dann zum Ende des Jahres 2018 aus meiner Festanstellung raus und war dann erstmal arbeitslos, bin dann im April 2019 mit dem Gründerzuschuss gestartet und habe mich quasi voll selbstständig gemacht. Das hat auch erstmal sehr gut geklappt. 2019 war auf jeden Fall ein super Start. Und dann kam aber 2020, ja, ja, ihr wisst alles, die Pandemie. Und das war schon ein ordentlicher Dämpfer, muss ich ganz ehrlich zugeben. Damit habe ich natürlich auch nicht gerechnet, wie niemand. So was kann man einfach nicht planen und hat auch keiner absehen können, dass es jetzt so lange uns beanspruchen wird. Und da muss ich ganz klar sagen, das hat meiner Selbstständigkeit auch einen Dämpfer verpasst, weil ich dann erstmal wieder umdenken musste und das Ganze irgendwie neu denken musste, online denken musste. Die normalen Workshops konnten nicht mehr stattfinden und ich hatte auch weniger Auftragsarbeiten. Genau, also der Punkt, wann es dann wirklich gut selbstständig lief, sozusagen, im Sinne von, dass ich wirklich dabei immer das Gleiche gemacht habe oder dass einfach so eine gewisse Grundruhe drin war, das kommt tatsächlich jetzt erst wieder, weil, ja, die Pandemiezeiten wirklich vieles eingeschränkt haben. Und insofern war nach 2019 so ein bisschen eine lange Phase und jetzt bin ich aber guten Mutes, dass das eigentlich wieder ganz gut in eine gute Richtung geht. Und, ja, also Selbstständigkeit ist natürlich immer aufregend und da muss man auch eine gewisse Coolness, also damit meine ich nicht, dass ich total cool bin, aber eine gewisse Lockerheit haben, um da irgendwie drüber stehen zu können, wenn es mal eine Zeit lang durch verschiedene Ereignisse vielleicht nicht so gut läuft. So, also das habe ich jetzt hier angelegt und jetzt habe ich hier oben drüber einfach noch Platz und da würde ich tatsächlich dann Notizen anlegen. Also wenn man sich einfach mal was Privates notieren will, dann kann man da einfach schnell hinblättern und hat das aber eben geschützt vor Blicken. Wie meine ich das jetzt? Ich habe das jetzt hier so angelegt. Jetzt würde man nur diese eine Linie sehen. Das könnte man ja auch noch ein bisschen weiter reinrutschen. Ich finde es jetzt okay. Genau. Und dann hat man, wenn man am Tage zum Beispiel in einer Besprechung sitzt, hat man sein berufliches Spread hier, das legen wir jetzt gleich noch an, und kann dann, wenn man möchte, zwischendurch mal in die privaten Sachen gucken, aber hat das eben getrennt voneinander. Getrennt im Sinne von optisch getrennt. Gut. Okay, machen wir mit dem Beruflichen weiter hier auf der Seite und währenddessen gleich mal die nächste Frage. Ich schließe mal daran an, die Frage, wie haben sich dein Arbeitsalltag und deine Arbeitszeiten mit Baby verändert? Komplett. Und das habe ich auch nicht so richtig absehen können. Ich habe viel weniger Zeit, als ich es gedacht habe. Ja, aber das sagt wahrscheinlich jeder. Und es ist schon so ein bisschen jonglieren, alles nebeneinander, aber man stellt immer wieder fest, dass man eigentlich eine Menge schafft in kurzer Zeit, wenn man sich wirklich fokussiert und konzentriert. Das kenne ich schon aus meiner Studienzeit. Ich habe während meines Studiums immer nebenbei gearbeitet, teilweise wirklich 20 Stunden. Und da war es auch immer wichtig, dann in diesen 20 Stunden einfach das zu schaffen. Und da habe ich aber auch gemerkt, die 20 Stunden reichen einfach auch aus. Ich schaffe meine Arbeit in den 20 Stunden, was andere teilweise in 35 gemacht haben. Ich will jetzt nicht sagen 40. Aber was andere in mehr Zeit geschafft haben, habe ich auch in meinen 20 Stunden geschafft. Weil wenn man nur diese Zeit hat, dann kriegt man das auch hin. Und genauso ist es jetzt auch. Also meine Arbeitszeiten haben sich natürlich da in jeden Fall schoben, dass ich vor allem abends arbeite momentan. An den Tagen ist einfach mit Kind alles durchgetimt und geplant. Da ist wirklich nur in den Schlafenszeiten dann mal Zeit. Da habe ich dann mal eine Stunde Zeit, wo ich wirklich mich rausnehme und dann auch meine Stunde denken kann. Dann habe ich natürlich meinen Mann, der natürlich auch sich ums Kind kümmert. Und insofern wechseln wir uns da einfach so ein bisschen ab und rein. Das ist einfach so die Kunst bei der Selbstständigkeit, die Zeit sich wirklich zu nehmen und zu finden, um die Zeit auch zu haben dafür, dass man eben das Business wieder voranbringt. Ich finde es aber super spannend. Und auf der anderen Seite finde ich auch, es ist eigentlich super angenehm, mit Baby, mit Kind zu arbeiten im selbstständigen Dasein, weil man eben sich alles so frei einteilen kann. Ich liebe das. Wirklich. Ich bin ein großer Fan von der Selbstständigkeit und möchte es, wenn es geht, nie wieder eintauschen gegen eine Festanstellung. Kommen wir mal zu dem beruflichen Termin. Da würde ich sagen, da reicht ja eine kleinere Übersicht, dass man sich da wirklich nur kleine Notizen reinmacht, was man in dem Monat vielleicht angehen will. So eine Art Planung, Monatsplanung in kurz. Und dann kann man hier wirklich nur die Termine eintragen, vielleicht auch mit Kürzeln. Insofern würde ich das gar nicht jetzt so lang anlegen. Also das könnte man so machen. Vielleicht kann man dann sagen, man legt sich hier oben drüber nochmal eine Monatsübersicht an. Das ist ja auch nie verkehrt. So, kommen wir zur nächsten Frage. Was haben wir da? Ja, mal eine spannende Frage. Woher ist das tolle, schillernde Sechsecksgebilde im Hintergrund bei dir? Also das hier ist gemeint. Ja, ich liebe das auch sehr. Das sind so Lichtpaneele. Ich verlinke dir das unten in der Videobeschreibung mal. Wenn du dich dafür interessierst, dann schau dir das gerne mal genau an. Also da kann man auch verschiedene Lichteffekte einstellen. Aber ich wollte das unbedingt für den Videohintergrund haben. Und ich bin auch ein großer Fan davon. Das kann man auch modular zusammenstecken. Also ich habe mir das jetzt so gebaut. Man kann das aber auch mehr in die Breite bauen oder so. Also ich bin ein großer Fan davon. Wie gesagt, in der Videobeschreibung verlinke ich es dir. Und dann kannst du da mal schauen. Nächste Frage. Hast du Tipps für ein A4-Booju? Ja, da habe ich alle Handtipps. Denn ich habe ja in dem Jahr 2021 in A4 geplant. Nee, doch. Und da gibt es zwölf Monate lang Content in A4. Also wer Inspiration für A4 sucht, der muss einfach sich die Videos aus 2021 anschauen. Und hat da dann eine Menge Inspiration, wie ich denke. Hier schreiben wir jetzt mal Februar drüber. Vielleicht mit einem Stift, der noch schreibt. Oder schafft der es noch? Irgendwann sind auch mal die Stifte leer. So. Februar. Wenn man es hier optisch ein bisschen ausgleichen will. Kommen wir zur nächsten Frage. Genau. Hast du Tipps, wie man es lernt, besser den Stift zu halten? Also ich denke mal, dass das bezogen ist aufs Lettering. Und ich habe dazu tatsächlich schon mal ein Video gemacht. Wie du den Brush Pen hältst, ist hier auf dem Kanal hoch im Kurs. Ich verlinke dir das hier oben auf dem i mal. Also klick da einfach mal rein. Da haben schon viele gelernt, wie man den Brush Pen eigentlich hält. Eine super spannende Frage war, wieso gibt es so viele Glaubenskriege in der Bullet Journal Community? Und erstmal habe ich mich gefragt, was damit genau gemeint ist. Aber eigentlich weiß ich auch, was damit gemeint ist. Also man hatte mal das Gefühl, es gibt so zwei Lager. Und genau so ist es wahrscheinlich auch. Und es gibt natürlich auch welche, die dazwischen hängen. Aber es gibt diejenigen, die sagen, das Bullet Journaling ist ein System. Und dieses System muss man verstehen lernen, um es für sich nutzen zu können. Und dann kommt am Ende die Gestaltung. Da gehöre ich auch dazu, zu dem Lager. Und dann gibt es die Leute, die sagen, Hauptsache mein Bullet Journal ist schön. Und ich lege sehr viel Wert auf was Kreatives. Die sagen, Bullet Journaling ist ein kreatives Tool oder eine kreative Ausdrucksweise. Und das sehe ich halt überhaupt nicht so. Also wenn man meine Videos schon mal geguckt hat, dann hat man das glaube ich auch schon verstanden. Meine Layouts sind ja auch nie besonders künstlerisch wertvoll. Ich habe kein Monatsthema oder so in dem Sinn. Klar, ich mache ab und zu mal ein bisschen was Kreatives. Und ich finde das auch spannend. Aber mir ist wichtig, wirklich zu sagen, dass man dieses Bullet Journaling als Methode verstehen sollte, die dazu dient, eben im Leben für Ordnung zu sorgen und sich selber zu organisieren und Wünsche und Träume zu beobachten und sich eben selbst auch besser kennenzulernen. Ja, das ist mir immer ganz wichtig. Und ich glaube, das ist mit diesen Glaubenskriegen gemeint. Ob man da wirklich von Glaubenskrieg sprechen kann oder eher sagen müsste. Ja, also es sind halt einfach unterschiedliche Sichtweisen. Und ja, vielleicht, wenn man sich damit länger beschäftigen würde, dann wüsste jeder, dass es eigentlich genau das ist, was ich gerade gesagt habe. Es ist ein System und die Gestaltung kommt dann am Ende. Also ich kann auch ein Poesiealbum bunt gestalten. Wenn ich gerne was bunt gestalten will, dann kann ich auch einfach ein Bild malen. Und Kreativität ausdrücken ist total schön und bin ich auch, möchte ich natürlich auch. Aber dafür braucht man kein Bullet Journal, meine Meinung. Genau, also das sind so die Themen, aber man streitet sich darüber nicht. Der eine macht halt den Content und der andere macht den anderen Content. Und je nachdem, was man halt gerne sieht, schaut man sich dann eben an, oder? Ich glaube, so ist es. So, was machen wir jetzt hier auf die rechte Seite? Ich würde sagen, wir machen da To-Dos hin, weil auch im Beruflichen hat man natürlich To-Dos. Und die kann man dann vielleicht ganz gut hier anlegen. Und jetzt machen wir hier das optisch auch mal so, dass wir diese Linie hier unten so ein bisschen verpacken, dass die hier nicht so alleine steht. Dann kann man hier vielleicht auch so eine Doppellinie einfügen. Dann trifft sich das wieder. Und dann hat man hier wirklich viel Platz für To-Dos. Ist ja vielleicht auch ein bisschen mehr als im Privaten, je nachdem. Genau. Und dann kann man das so anlegen, hat das in der Übersicht. Und viele würden wahrscheinlich gar nicht ahnen, dass hier hinter noch was anderes ist. Weiß man natürlich, wenn man sich das so angelegt hat. Und da hat man auf jeden Fall kein Problem in der Besprechung. Ja, seine privaten Dinge hier so ein bisschen zu verstecken. Finde ich eigentlich ganz spannend. Eine weitere Frage war, welche Tipps und Tricks hast du für Anfänger zum Thema Monatsübersichten, Habit Tracker im A5-Format? Also, ich habe ja vor kurzem ein Video dazu gemacht, wie man mit dem Bullet Journaling anfängt. Das verlinke ich dir hier oben auf dem i nochmal. Und dann gibt es ja meinen Online-Kurs zum Thema Bullet Journal starten. Also, Bullet Journaling gewusst. Wie heißt der? Pack ich dir unten mal in die Videobeschreibung. Wenn du den spannend findest, dann solltest du dir den vielleicht zu Gemüte führen. Da lernst du wirklich das ganze System von der Pike auf kennen. Die einzelnen Begriffe, wie man sie miteinander verwendet, wie die aussehen. Und ich lege das eben in diesem Online-Kurs auch zusammen mit dir an, Stück für Stück. Und da gibt es auf jeden Fall für Anfänger das perfekte Rundum-Sorglos-Paket. Was machen wir hier auf der linken Seite? Also, hier könnte man sich vielleicht jetzt einen Notizenbereich anlegen, um hier Besprechungsnotizen und weitere Ideen und so festhalten zu können. Genau, und das würde ich vielleicht auch nochmal unterteilen in einen Bereich. So. Nächste Frage. Wie stehst du zum Thema Tagebuchschreiben im Buju, also längere Texte im Dailylog? Finde ich spitze. Wenn es zu lang wird, würde ich vom Dailylog tatsächlich in eine eigene Collection wechseln und dann ein Thema da wirklich durchexorzieren. Also, wenn mir was wirklich wichtig ist, dann schreibe ich mir da hintereinander weg wirklich alles dazu auf. Also, schlag die nächste Seite einfach auf und dann geht's los. Das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und ich finde das total sinnvoll, das alles zusammenzupacken, weil es ist so schön, wenn man irgendwann in die alten Bullet Journals geht und dann die Gedanken zwischendurch immer wieder lesen kann, die eben zusammenhängen mit dem, was gerade in dem Alltag passiert ist, was dann auch in den Dailylogs steht. Also, genau das zusammenzubringen, das ist so der Kern des Bullet Journals, finde ich. Also, da passiert eigentlich die Magie, da sieht man eigentlich, was beschäftigt mich, wo stehe ich eigentlich gerade, auf welchem Weg bin ich, wohin geht's. Genau, also, top. Damit sind wir eigentlich so gut wie fertig. Ich glaube, die Grundidee ist klar und vielleicht ist die ja spannend für den einen oder anderen. Also, schreib mir das unbedingt mal in die Kommentare, wenn du da auch immer noch so ein bisschen haderst, beruflich und privat zu trennen und vielleicht, dass für dich ein ganz guter Ansatzpunkt war. Wir machen noch eine letzte Frage, die mir sehr wichtig ist, denn die lautet, Achtest du am Beginn des Bullet Journals auf gleichmäßige Verteilung der Seiten pro Monat? Erst habe ich diese Frage überhaupt nicht verstanden. Dann habe ich darüber nachgedacht und habe völlig erschrocken festgestellt, dass es hoffentlich nicht so gemeint ist, wie ich denke. Aber ich verstehe das jetzt so, ob man, wenn man sich ein Bullet Journal anlegt am Anfang und alle Monate anlegt, dass man dann quasi gleichmäßig abzählt, wenn ich 100 Seiten in dem Bullet Journal habe, dass ich dann weiß, okay, oder ich habe 120 Seiten im Bullet Journal und weiß, bei 12 Monaten, da kriegt jeder 10, ob ich das so gleichmäßig unterteile. Und nein, never, ever, also nee, gar nicht. Das ist überhaupt nicht, niemals vortragen beim Bullet Journaling. Also, wir sind nur in dem aktuellen Monat. Wenn du wirklich deine gesamten Monate schon angelegt hast, ist das kein Bullet Journal. Also, da hast du den Grundansatz vom Bullet Journaling falsch verstanden. Auch da empfehle ich dir dann vielleicht nochmal meinen Online-Kurs zum wirklich reinkommen in die Thematik Bullet Journaling. Niemals Seiten vorab anlegen. Also, wir starten wirklich mit einem leeren Buch. Und so, wie man das jetzt hier sieht, das Buch ist noch leer. Das füllt sich nach und nach. Und dann, wenn es eben voll ist, und das kann eben auch im August schon sein, dann ist es voll. Und dann fange ich ein neues an. Und ich kann nicht absehen, wie lange ein Bullet Journal reicht. Na klar, aus der Erfahrung heraus weiß ich es ungefähr, aber keiner weiß ja, was im nächsten halben Jahr passiert, wie viele Seiten ich schreiben werde, wo es mich hinträgt. Und genau das ist ja das am Bullet Journal. Es ist so flexibel, dass man der ganzen Sache aber auch den Platz geben muss. Und deshalb niemals vortragen. Hatte ich schon gesagt. Nicht, nicht vortragen. Man trägt nicht vor. Niemals. Das ist mein letztes Wort für dieses Video. Niemals vortragen. Genau, ich hoffe, du hattest Spaß mit diesem Video. Lass mich unbedingt wissen in den Kommentaren, ob es dir gefallen hat oder nicht. Ob ich das nochmal machen soll. Ich habe noch allerhand Fragen übrig. Aber das würde den Rahmen jetzt vielleicht doch etwas sprengen. Und wir haben ja auch fertig geplant. Insofern würde ich die dann ins nächste mit reinnehmen. Sag mir Bescheid, ob du das sehen möchtest. Und dann machen wir das. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns nächsten Donnerstag wieder zu einem neuen Video. Ich freue mich drauf.